Setzen Sie ein, wo oder wohin. Er sitzt im Wohnzimmer. Sie geht ins Wohnzimmer. Er ist im Bad. Sie geht ins Bad. Er ist auf dem Balkon. Sie geht auf den Balkon. Er sitzt auf dem Sofa. Sie setzt sich auf das Sofa. Er kocht in der Küche. Sie kommt in die Küche. Er arbeitet im Büro. Sie kommt ins Büro. Er ist im Garten. Sie geht in den Garten. Er ist in der Garage. Sie fährt in die Garage. Er liest im Schlafzimmer. Sie kommt ins Schlafzimmer. Er sitzt auf dem Stuhl. Sie setzt sich auf den Stuhl. Er liegt am Pool. Sie legt sich an den Pool. Sie legt sich an den Pool. Er arbeitet im Keller. Sie geht in den Keller. Er sitzt am Tisch. Sie setzt sich an den Tisch. Er ist im Auto. Sie steigt ins Auto. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt mir ein Like und teilt es. Bis zum nächsten Mal. Setzen Sie ein. Wo oder wohin. Er geht nach oben. Er geht nach oben. Sie ist oben. Er geht nach Hause. Sie ist zu Hause. Sie ist zu Hause. Er ist bei ihr. Sie geht zu ihm. Er sitzt im Bus. Er sitzt im Bus. Er sitzt im Bus. Sie steigt in den Bus. Er geht auf die Straße. Er geht auf die Straße. Sie wartet auf der Straße. Er geht raus. Sie ist draußen. Sie ist draußen. Er ist schon weg. Sie fliegt zu ihm. Er fliegt in den Urlaub. Er fliegt in den Urlaub. Sie ist im Urlaub. Er fährt mit einem Boot. Er fährt mit einem Boot. Er ist am Meer. Er ist am Meer. Sie fährt ans Meer. Er sitzt am Strand. Er sitzt am Strand. Er sitzt am Strand. Er wandert in den Bergen. Er wandert in den Bergen. Sie fährt nicht in die Berge. Er setzt sich in die Sonne. Sie sitzt in der Sonne. Er kommt rein. Sie ist innen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt mir ein... Setzen Sie ein. Verb mit Präposition. Er begann damit. Er begann damit. Er begann damit. Womit fing er an? Sie fing damit an. Er hörte damit auf. Er hörte damit auf. Es stinkt hier nach etwas. Es ging zu Ende. Es ging zu Ende. Ich zweifle sehr daran. Ich zweifle sehr daran. Er war... Er war... Er war... Wofür oder wozu... brauchst du das? Er war... 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 Er hatte damit gerechnet. Er war... Er war... Er war... Er war... Er war... Er war... Sie war auf ihn angewiesen. Ich bezweifle es. Sie dankt ihm dafür. Er war in sie verliebt. Nimmst du daran teil? Wodurch hast du es erfahren? Die Teilnahme daran ist Pflicht. Er beteiligte sich daran. Hat er sich nach mir erkundigt? Sie gewöhnte sich daran. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Untertitelung des ZDF, 2020